Willkommen Herr Kober, es freut mich, dass Sie den Weg zu uns zu Kontext gefunden haben. Beweist mir das doch, dass die FDP tatsächlich nicht nur aus Herrn Lindner besteht? Ja, vielen Dank für das Kompliment. Mit Unterstützung des Navigationssystems habe ich es gefunden. Digitalisierung ist natürlich allgegenwärtig und hat mir heute geholfen. Ich freut mich, dass ich eingeladen bin. Ja, ich meine mit Herrn Lindner ja auch, dass es so ein bisschen als Ein-Mann-Partei im Moment wirkt. Allgegenwärtig ist Herr Lindner, sonst muss man lange suchen. Also das ist, glaube ich, etwas in der typischen Entwicklung in der Politik, diese zunehmende Personalisierung. Frau Merkel ist die CDU-Figur, die CDU-Person. Wir haben Christian Lindner, aber natürlich haben wir mit Wolfgang Kubicki oder Michael Theurer hier im Land ja auch sehr bekannt und präsente Persönlichkeiten. Aber die Zuspitzung auf eine Person ist, glaube ich, weniger von der Partei intendiert als vielmehr einfach Entwicklungen, die allgemein so sind. Die Medien wollen die Promis, also jedenfalls die Fernsehmedien. Und dadurch verstärkt natürlich sich dieser Effekt auch. Okay. Sie sind der FDP-Bundestagskandidat aus Reutlingen. Sie sind ausgebildete Theologe, waren zunächst mal Religionslehrer, dann eine Legislaturperiode im Bundestag, bis ihre Partei rausgeflogen ist und dann Militärseelsorger noch. Das heißt, es gab eben so einen Wechsel. Reden Sie lieber vom Pult im Bundestag oder von der Kanzel? Ich rede lieber von der Kanzel, wird man nicht unterbrochen von Zwischenrufen. Aber warum kandidieren Sie dann wieder? Dann sollten Sie doch Theologisch bleiben. Das politische Geschäft wie das seelsorgerliche Geschäft ist natürlich nicht auf die Rede allein beschränkt, sondern man arbeitet ja an Gesetzen. Und eigentlich ist ja die Arbeit im Bundestag, also Gesetze machen und erarbeiten im Gespräch mit Verbänden, Bürgern und so weiter. Viel Schreibtischarbeit und die kurze Zeit im Plenum ist tatsächlich nicht der Schwerpunkt. Und in einer seelsorgerlichen Arbeit bei Soldaten ist es eben so. Der Gottesdienst findet statt und der wird auch gut besucht. Aber das ist nicht meine Hauptaufgabe. Hat das eine wie auch das andere irgendwas mit Missionieren zu tun? Es hat damit was zu tun, dass man Ideen hat, für die man werben will. Ja, das stimmt. Also wenn Sie das Missionieren nennen wollen, ja, vielleicht. Möchten Sie als Theologe auch noch Menschen zum Christentum bringen? Absolut. Ja, also nicht mit dem Schwert. Also glaubst du nicht, dann schlage ich dir den Kopf ab. Also diese Zeiten sind ja vorbei. Aber natürlich möchte ich überzeugen, vor allen Dingen möchte ich Hoffnung machen. Ja, also den Menschen, die Sorgen haben, durch die frohe Botschaft des Evangeliums und die Hoffnung, die mich und der trägt und mein Glaube, den so zu vermitteln, dass es vielleicht zum Trost für einen anderen Menschen wird. Wenn daraus sein Glaube erwächst, ist mir das recht, aber das ist nicht mein primäres Ziel. Mein primäres Ziel ist, für die Menschen da zu sein. Und mein Glaube ist meine Motivation. Ich habe mich mal mit einem Mönch unterhalten, der gesagt hat, ich bin auf der Suche nach Gott. Ich habe ihn dann gefragt, haben Sie ihn schon gefunden? Bevor ich seine Antwort sage, würde Sie das Gleiche fragen. Sind Sie auch auf der Suche und haben Sie Gott schon gefunden? Also ich denke da anders, in eine andere Richtung. Ich glaube, Gott hat mich gefunden und ich suche eigentlich die Welt. Ich fühle mich getragen von Gott. Aber ich begreife ihn natürlich nicht voll umfänglich, wenn das mit Suche gedacht ist. Aber ich muss ehrlich sagen, damit halte ich mich jetzt auch nicht so sehr auf. Ich habe Theologie studiert. Da liest man viel über Gott und die Gedanken, die sich andere Menschen über Gott machen. Aber eigentlich ist für mich das Wesentliche, dass ich das Gefühl habe, dass Gott mich sieht und mich trägt. Dieser Mönch hat gesagt, um Gottes Willen, ich will ihn gar nicht finden, weil er misstraut allen, die sagen, ich habe Gott gefunden, weil sie dann sehr ideologisch werden und keine anderen Meinungen mehr gelten lassen. Ja, also da ist was dran. Könnten Sie auch so nachvollziehen. Sind Sie sowohl Theologe wie dann auch Politiker geworden, um die Welt zu verbessern? Genau, das war tatsächlich mal meine Motivation, zunächst einmal Pfarrer zu werden. Ich wollte die Welt verbessern. Ich hatte da durchaus einen etwas idealistischen Überschuss in der Pubertät und litt sozusagen an den großen Menschheitsfragen, Krieg und Frieden und Umwelt und Armut und diese großen Fragen gleich. Ich war inspiriert von Martin Luther King. Wir haben im Englischunterricht seine Rede, I have a dream, durchgenommen. Ich habe mir dann die Aufnahme von der Lehrerin ausgeliehen, habe sie überspielt, damals noch auf Kassetten und habe sie dann auswendig gelernt. Dann wollte ich Pfarrer werden. Ich bin in Böblingen groß geworden, da war ich in einer Neubau-Kirchengemeinde, also ohne gewachsene Strukturen. Da haben sich Menschen zusammengefunden. 1980 haben wir gesagt, wir gründen eine Kirchengemeinde. Und 1990 ist die Kirche gebaut worden. Und diese Zeit habe ich sehr intensiv erfahren, weil ich gesehen habe, Menschen arbeiten einfach zusammen und wir haben eine Idee und wollen was realisieren und das funktioniert dann. Aus dem Nichts wird etwas Schöpferisches. Und das hat mich da sehr motiviert und dachte, ich könnte als Pfarrer die Welt verbessern. Dann später im Studium habe ich mich ein bisschen mit Staatsphilosophie und solchen Fragen auseinandergesetzt und bin zum Ergebnis gekommen, dass eigentlich die Demokratie die gerechteste Staatsform ist. Und das bringt eben mit sich, dass man sich für Parteien auch interessiert und sich möglicherweise engagiert. Aber vor allen Dingen, dass allein mit einem idealistischen Überschuss und einer revolutionären Idee sozusagen die Welt nicht zu verändern ist, sondern das Kleinteilige eigentlich die Würde der Demokratie ist. Und das hat mich dann fasziniert und so wollte ich dann auch Politik mitgestalten. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es geht ja nichts voran in diesem Land. Es ist alles so langwierig und die politischen Prozesse sind so langwierig und es kommt immer nur ein kleiner gemeinsamer Nenner raus. Ganz im Gegenteil, ich sage, genau darin liegt eigentlich die Gerechtigkeit in unserem System, weil dieser kleinste gemeinsame Nenner heißt ja, dass man möglichst viele Aspekte auch mit berücksichtigt in der Gesetzgebung. Und das ist langwierig im Verfahren und es kommt auch sozusagen nur immer ein kleines Rädchen zum Drehen, aber es geht in die richtige Richtung. Alles andere, da wäre ich skeptisch wie der Mönch, den Sie gerade angesprochen haben. Wer meint, ich habe jetzt die Idee und alle müssen mir folgen. Das endet dann, glaube ich, eher in der Diktatur und diesen Anspruch dürfen wir nicht haben als Politiker. Als Sie sich für die Politik auch entschieden haben, warum dann ausgerechnet für die FDP? Also ich komme aus einem eher sozialdemokratisch geprägten Elternhaus. Das waren auch meine eigenen ersten Wahlentscheidungen. Ich wollte eigentlich auch immer, so wie wir jetzt als Theologen sprechen würden, unter dem Schwachen unter die Arme greifen, also mich für die Armen einsetzen, für die, die nicht so selber können. Und bin dann aber durch Nachdenken und vor allen Dingen durch die Lektüre der Autobiografie von Hildegard Hambrücher, Freiheit ist mehr als ein Wort, das Sie in den 90er Jahren geschrieben haben, zur FDP gekommen. Weil ich zu der Auffassung gekommen bin, so wie die SPD sich soziale Gerechtigkeit vorstellt, kommen wir nicht weiter. Und das war meine Entscheidung für die FDP. Das heißt nicht, dass ich völlig kritiklos an allem und jedem in der FDP war, aber das war doch die richtige Richtung und ich habe gedacht, da lohnt es sich, sich einzubringen. Gestatten Sie trotzdem meine kurze Verwunderung, dass wenn man sich für die Ärmsten der Armen einsetzen würde, in die FDP geht, die ja lange die Partei der Besserverdiener war, die Mehrwertsteuer für Hoteliers ermäßigt hat, Leistung muss sich wieder lohnen. Und ein Beispiel, ich habe einen Kollegen gehabt, der eigentlich politisch anders ausgerichtet war und der hat dann FDP gewählt und habe ihn gefragt, warum. Er hat gesagt, ich verdiene gut, die tun am meisten für mich. Ja, also wenn man die FDP so versteht, dann darf man sie natürlich trotzdem wählen. Gleichwohl ist das nicht unser Selbstverständnis. Das ist vielleicht ein Blick von außen, der aber nicht, glaube ich, der FDP gerecht wird. Ich glaube, es kommt darauf an, dass die Menschen Verantwortung übernehmen und das bedeutet auch Verantwortung für den Nächsten. Also nicht Freiheit von Verantwortung, hat Guido Westerwelle, der viel Gescholten immer gesagt, sondern Freiheit zur Verantwortung. Und so wie wir unseren Sozialstaat sehen, dass es für jede menschliche Not ein Formular gibt und ein Antragsverfahren und dann gibt es möglicherweise eine Unterstützung. Wenn man das so organisiert, dann gibt es immer noch so und so viele, die durch dieses Netz durchfallen, weil unser Sozialstaat immer halt nur die Menschen schematisch begreifen kann. Und wofür es kein Kreuzchen gibt, das sie ankreuzen können in einem Antragsverfahren, gibt es keine Hilfe. Und diese Menschen fallen eben dann durchs Raster. Da kenne ich viele, viele Beispiele. Dann kann man das so technisch kritisieren und sagen, ja, es gibt eine Schnittstellenproblematik zwischen den Sozialgesetzbüchern. So reden wir dann als Politiker. Stimmt. Und genau an dem Thema muss man dran. Aber es wird nicht zu lösen sein, indem ich noch mehr Gesetzbücher schreibe und die Menschen noch mehr kategorisiere, sondern vielleicht, wenn der eine mal ein bisschen nach dem anderen guckt. Ich kann Ihnen ein plastisches Beispiel erzählen, wenn Sie das hören wollen. Ich habe mal eine Arbeitslosenqualifizierungsinitiative hier im Umfeld von Stuttgart besucht, vom Parathetischen Wohlfahrtsverband, die qualifizieren Langzeitarbeitslose in einer Landwirtschaft. Und einer, der dort gearbeitet hat, der hatte so, tat sich so schwer im Leben, dass er eigentlich auch dort nicht wirklich Qualifizierung gefunden hat. Aber er hat sich um die Hühner gekümmert. Die hatten dort Zierhühner und er konnte sie füttern. Und dann erschien er morgens zur Arbeit und hat sie gefüttert und gestreichelt und beobachtet. Und abends ging er heim und trank keinen Alkohol. Dann endete diese Maßnahme des Jobcenters für ihn. Und dann sagte mir die Frau, die diese Ausbildungseinrichtung geleitet hat, dann sehe ich ihn wieder am Bahnhofskiosk sitzen und die Bierflasche in der Hand. Und jetzt könnte man ja fragen, gibt es denn nicht irgendjemanden, der Hühner hat, der sagt, Herr so und so, kommen Sie regelmäßig bei mir vorbei und ich gucke, dass Sie kommen. Ich frage, wie es Ihnen morgens geht. Sie kümmern sich um meine Hühner. Brauche ich da wirklich ein Jobcenter dafür? Das nenne ich nur als ein Beispiel, was ich meine. Natürlich können Sie nicht alle sozialen Probleme durch individuelle und nachbarschaftliche Hilfe lösen. Aber diese Denkrichtung müssen wir mal sehen. Und was mich ganz besonders stört an der Sozialstaatsdebatte, die ja sehr geprägt ist und auch von linker Sozialpolitik ist, dass wir den Menschen immer klein machen. Wir gehen immer und sagen, der kann das nicht, der kann das nicht, der kann das nicht. Ich würde lieber in der ganzen Sozialpolitik und der ganzen Ansprache die Menschen bei ihren Befähigungen ansprechen und sagen, du kannst etwas. Und also zu sagen, gucken, was kann jemand, ihm dann dabei unterstützen, dass er seine Talente und Potenziale entdeckt, ausbilden kann, um sie dann für sich einsetzen zu können und für andere. Und deshalb gefällt mir die Denkrichtung der FDP da besser, weil ich sie menschenfreundlicher finde, als jemanden auf seine Defizite zu reduzieren. Wenn Sie gegen die Bürokratisierung sind und keinen durchs Raster fallen lassen, dann sind Sie auch sicher für die Bürgerversicherung zum Beispiel? Oder für das Mindesteinkommen? Also in der Tat habe ich mich ja auch innerhalb der FDP dafür ausgesprochen, dass wir eine Lohnuntergrenze brauchen. Mir schwebte nicht ein Modell vor, wie wir es jetzt haben, einen gesetzlichen, flächendeckten allgemeinen Mindestlohn. In Deutschland über alle Branchen hinweg gleich. Das wird uns noch mal auf die Füße fallen, wenn mal die Konjunktur nachlässt. Jedenfalls so meine Befürchtung. Aber was auf jeden Fall zwingend ist, und da hat sich die FDP dann auch dafür ausgesprochen, ist, dass wir natürlich in bestimmten Arbeitsmarktbereichen, wo die gewerkschaftliche Vertretung einfach zu gering ist, nicht einfach zufrieden sein können mit den Löhnen, die dort existieren. Sondern wir müssen da hinschauen. Und da muss vielleicht auch mit Unterstützung des Gesetzgebers sozusagen auch die Menschen, die dort arbeiten, an der allgemeinen Lohnentwicklung, die ja nach oben geht, teilhaben können. Und deshalb war ich jetzt nicht für einen gesetzlichen Mindestlohn, aber tatsächlich für eine Lohnuntergrenze. Und die FDP hat sich da auch überzeugen lassen, nicht allein von mir, aber auch von mir. Also schon in der letzten Legislaturperiode gewesen. Unsere Sozialversicherungsbeiträge sind ja mit der Deckelung nach oben so gestaltet, dass relativ die Ärmeren mehr zahlen müssen als die Reicheren. Ist das nicht ungerecht? Also das... Die Beitragsbemessungsgrenze kappt das ja. Ja, hinter jeder Versicherung steckt sozusagen, so ist ja der Gedanke dahinter, ein Anspruch. Und ich sage jetzt mal, die Knie-OP für den Armen kostet genauso viel wie die Knie-OP für den Reichen. Und das ist der Gedanke hinter dieser Versicherung. Das haben wir so nicht gemacht. Das kann man jetzt als ungerecht empfinden. Aber ich sage mal, an dieser Stelle müsste man erst mal die Fragen, funktionieren unsere Systeme dann wirklich schlecht? Es geht nicht zur Debatte, ob es noch schlechtere Systeme gibt, sondern ob man unsere es besser machen kann. Ja, und die Frage ist, ob wir es besser machen, indem wir... Also hat die Krankenversicherung sozusagen ein Einnahmeproblem? Das suggeriert ja jetzt, was Sie sagen. Nein, ich wollte auch nicht souverän, ich wollte nur feststellen, dass die Ärmeren eigentlich relativ mehr zahlen müssen als die Reicheren, weil die Reicheren... Nein, die Beiträge sind ja gestaffelt. Ja, aber Sie haben ein Ende. Sie liegen sicher auch über der Beitragsbemessungsgrenze. Ja, und die Gerechtigkeit, die dahinter steckt, ist, dass die Knie-OP die gleiche Kosten verursacht. Das ist sozusagen die Gerechtigkeitsvorstellung, die dahinter steckt. Und die kann man ja auch verstehen. Sie sagen, jeder soll sozusagen... Also die Knie-OP kostet zwar das Gleiche, aber der Reiche muss mehr dafür bezahlen. Das ist jetzt eine andere Form der Gerechtigkeit. Das kann man natürlich diskutieren, ja. Der Ärmere zahlt so zwischen 7,5 und 8 Prozent seines Einkommens und der Reiche war nur die Hälfte davon. Ja, das ist bei der Ernährung auch so. Ja, also bei vielen... Ach so, wenn es woanders schon ungericht ist, dann kommt es da auch nicht mehr drauf an. Nein, also das... In der Bestand trifft die Ärmeren auch mehr als die Reiche. Ja, deshalb hätte man sie nicht erhöhen sollen. Ja, also absolut, was Sie sagen, kann man diskutieren, aber die Grundfrage ist, was ist eine gerechte Gesellschaft? Ja, und was Sie jetzt thematisieren ist sozusagen, Sie möchten die Einkommensunterschiede kleiner machen. Ja, und die Frage, ob das das Gerechte ist, ja, oder ob nicht das Gerechte ist, dass ich jeden Menschen fähige, mit seinen Talenten und seinen Möglichkeiten möglichst viel von seinen Zielen im Leben zu erreichen. Ja, und das kann für den einen auch bedeuten, dass er Geld verdienen will. Aber wenn wir wirklich ein marktwirtschaftliches System haben und ein Wettbewerbssystem haben und ein gutes Bildungssystem, dann können sehr, sehr viele Menschen auch, wenn sie das wollen, reich werden. Und nicht jeder Mensch möchte übrigens reich werden. Aber das ist sozusagen die Gesellschaftsfrage allgemein gesprochen. Was ist eine gerechte Gesellschaft, in der alle das Gleiche haben oder in der jeder sozusagen seine Ziele erreichen kann? Hat jemand von uns beiden gerade gesagt, dass alle das Gleiche haben müssen? Nein, nein, aber Sie kritisieren sozusagen die Einkommensunterschiede. Also ich kritisiere, dass die Reicheren bevorzugt werden und die Schere dadurch noch größer wird, ja. Da sind wir doch beim Thema. Ja, wie wollen Sie, dass denn diese Schere, die alle beklagen, obwohl es den Deutschen, in Anführungszeichen den Deutschen, im Allgemeinen natürlich relativ gut geht? Ja, also das muss man, also ich bin dankbar, dass Sie das sagen. Das muss man ja auch mal sehen. Nicht allen, aber insgesamt. Nein, nein, genau. Also muss man ja auch mal festhalten. Und wenn wir die Einkommen nivellieren wollten sozusagen, also wenn wir da die Einkommensspreizung, dann müssten wir vielleicht auch überlegen, wie die Menschen in Mali in unserem Verhältnis leben und was das bedeuten würde, wenn wir die auch wirklich als unseren Nächsten begreifen würden und sagen würden, auch die sollen so viel haben wie wir. Ist ja einverstanden, aber lass uns doch erst mal bei uns selber anfangen. Genau. So, nein. Also um aufs Inland wieder zurückzukommen. Und ich persönlich lebe nicht schlecht davon, dass die Familie Quandt, die Eigentümer von BMW, ich glaube, die reichste oder eine der reichsten Familien in Deutschland so reich ist, wie sie ist. Und ich glaube, die Mitarbeiter von BMW leben auch nicht schlecht. Und ich glaube, dass die Arbeitsbedingungen bei BMW auch nicht schlecht sind. Die würden sich nicht besser stellen dadurch, dass dieses Unternehmen sozusagen in Volkseigentum umgewandelt würde. Wenn ich das nicht tue, also wenn ich das nicht möchte, dann habe ich eben solche reichen Menschen. Also die Frage ist, schadet es jedem zwingend, dass es andere Menschen gibt, die reich sind? Und das kritisiere ich erst mal grundsätzlich nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich sprach von der Schere. Warum müssen die 100 Milliarden haben, auch wenn es den Angestellten dort relativ gut geht? Warum haben die nicht das Doppelte und die kommen mit 50 Milliarden aus? Reicht das nicht? Ja, und wer soll das bestimmen, dass 50 Milliarden reichen? Was passiert dann mit der Firma BMW, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt 50 Prozent des Kapitals weg und dann was mache ich dann mit einer Aktiengesellschaft? Oder ist es dann doch eben Volkseigentum? Also ich habe eine andere Frage. Es ist der Markt jetzt, der das alles so regelt. Die Arbeiter sind so... Also BMW hat den Wert, weil die Menschen BMW kaufen wollen. Aldi ist so reich, die Familie Albrecht ist so reich geworden, weil die Menschen zu Aldi gehen. Und zwar nicht diejenigen, die sie nichts anderes leisten können, die auch. Aber davon ist nicht die Familie Aldi. Das heißt, wenn ich etwas an den Einkommensunterschieden zu kritisieren habe, dann muss ich mir selber fragen, als Individuum, was habe ich denn dazu beigetragen? Das ist wieder diese Verantwortung, die ich erwarte. Ich kann nicht sozusagen BMW kaufen und zu Aldi einkaufen gehen und mich nachher zu beklagen, dass diese Firmen und die Inhaber Geld verdienen. Dann muss ich jemand anderen, der auch vielleicht ein Produkt auf den Markt bringt, eine Chance geben und dann verteilt sich das wieder. Für mich ist entscheidend, dass jeder sich sozusagen in dieser Gesellschaft entfalten kann, dass er seine Ziele erreichen kann. Und da hilft der Blick sozusagen, der neidvolle Blick auf andere, glaube ich, nicht weiter. Die Aldi-Verkäuferin wird sich keine vernünftige, schöne Wohnung in der Stuttgarter Halbhöhenlage leisten können, weil die Familie Albrecht den größten Teil vom Umsatz als Gewinn einsteckt. Ja, die Frage ist aber, also erstens ist die Frage, ob die Arbeitsbedingungen von ausgerechnet der Frau an der Kasse vom Aldi die schlechtesten sind und die Einkommenssituation ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste. Also da muss man auch wieder sehen, also genau hingucken, weil Sie jetzt die ausgerechnet als Beispiel wählen. Sie haben Aldi genannt, deswegen will ich noch ein. Aber eine offene Gesellschaft, in der sozusagen nicht das Ziel vorgegeben ist, also in dem ich nicht sage, du darfst eben nur so und so viele Quadratmeter haben und nur so und so viele Jahre auf Halbhöhenlage leben. Ja, ich meine, irgendeinen Steuerungsmechanismus muss man sich da dann einführen, gesetzlich, wenn ich das kritisiere, wie Sie es jetzt getan haben. Ganz ohne Gesetzgeber kommen wir doch, glaube ich, nicht aus. Sie haben sich ja auch nicht für den Mindestlohn, aber für so etwas Ähnliches eingesetzt. Also bestimmte Grenzen, bestimmte Regeln und Gesetze brauchen wir. Wer soll jetzt entscheiden, nach welchen Kriterien wer auf der Halbhöhenlage in Stuttgart wohnen darf? Da darf jeder wohnen, der genügend Geld verdient und Aldi könnte natürlich seinen Angestellten so viel Geld geben, dass die auch sich eine bessere Wohnung leisten könnten. Dann hätten sie ein paar Milliarden weniger, aber noch viel mehr Milliarden als die Angestellten zusammen. Aber glücklicherweise sind ja nicht wir, also als Politiker, die, die im Allgemeinen die Löhne machen. Also das heißt, es ist eigentlich ein Geschäft, wo Sie wollen, also zwischen Aldi und den Mitarbeitern. Und die Frage ist ja, wer, wenn ich das kritisiere, wer soll das entscheiden? Wer soll sagen, ab dann kappen wir die Einkommen oder ab dann wird es ungerecht? Was sagen wir ein anderes, wir haben da ein anderes Gesellschaftsmodell. Dann reden wir über etwas, was in die gleiche Richtung geht, aber was mit der Politik und dem Gesetzgeber zu tun hat. Wissen Sie, wie hoch der Spitzensteuersatz war zu Anfang der Bundesrepublik? Höher als heute. Nein, Entschuldigung, das weiß ich nicht. Nein, 95 Prozent. Und wer war damals Kanzler? Oder die Regierungspartei? Die CDU und Herr Ahnenauer. Das wurde dann immer weiter nivelliert, bis wir heute weit unter 50 Prozent sind. Das heißt, man hat den Reichen eigentlich immer mehr genutzt. Ja, und schauen Sie, wir haben heute so hohe Steuereinnahmen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Das heißt, die Frage ist ja nicht, also die entscheidende Frage ist, wie bekommt der Staat das Geld für seine Aufgaben? Und ist es zwingend so, dass hohe Steuersätze sozusagen zu besseren Staatseinnahmen führen? Das ist definitiv nicht der Fall. Wären vielleicht die Reichen zu mehr Verantwortung gezogen? Ja, aber nicht zu persönlicher Verantwortung. Wenn es Ihr persönliches Geld ist schon. Ja, aber Sie, also alles, was Sie per Gesetz, das ist ja genau das, was ich kritisiere, was Sie per Gesetz regeln. Sie wollen immer noch möglichst wenig Staat? Nein, ich möchte möglichst viel persönliche Verantwortung. Also wenn der Reiche, der viel Geld hat, von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht und dann zum Beispiel soziale Projekte unterstützt und so weiter und so fort, dann ist das natürlich, wenn es aus eigener Verantwortung geschieht, aus eigener Willensentscheidung, ja, dann ist es für mich eine lebenswertere Gesellschaft, als wenn die Menschen sozusagen gezwungen werden, die Dinge zu tun und am Ende sozusagen von ihrer eigenen, also nicht eine Frage persönlicher Verantwortung für die Gesellschaft. Die Motivation wäre ja dann, ist ja dann ganz andere. Ja, ja, der Freiwillige sucht sich aus, wie er spendet und alle anderen müssen was in den Staatshaushalt tun, ob sie nun für die Bundeswehr sind oder nicht, oder? Ja, ja, die Reichen, die Reichen müssen ja auch Steuern zahlen, das ist ja nicht so. Erinnern Sie sich, erinnern Sie sich, erinnern Sie sich, wann es die letzten großen Steuersenkungen gab. Das war Rot-Grün, ja, unter Schröder. In der Zeit, als wir enorme Arbeitslosigkeit hatten und damals sind entsprechend Reformen gemacht worden mit der Hoffnung, und die ist ja dann auch erfüllt worden, dass die Staatseinnahmen wieder besser werden. Das heißt, moderate Steuern, die auch die Möglichkeit haben, also den Unternehmen die Möglichkeit lassen zu investieren, sind am Ende für alle sozusagen die bessere Lösung. Und das sind ökonomische Fragen. Wenn Sie die Gerechtigkeitsfrage stellen, ja, dann ist die Frage, was ist eine gerechte Gesellschaft, in der alle gleich sind und alle gleich haben, ja, oder ob, oder wo jeder seine Ziele erreichen kann, ja, und da, deshalb sage ich, Bildungsausgaben erhöhen, ja, damit möglichst viele in die Lage versetzt werden, ihre Lebensziele zu erreichen. Lassen Sie uns, bevor wir ganz ins Philosophieren kommen, noch zwei Sätze über die FDP verlieren, die nun eine Legislaturperiode nicht im Bundestag war. Meinen Sie, irgendjemand außer den nicht wiedergewählten Abgeordneten und ihrem Personal hat die Partei vermisst? Ja, definitiv. Das sehen Sie ja an dem Erfolg sozusagen auch bei den letzten Landtagswahlen. Und wahrscheinlich, wenn man den Umfragen trauen kann, gibt es offensichtlich doch wieder eine Menge an Menschen, die sagen, die liberale Stimme im Bundestag braucht man. Was ist denn heute die liberale Stimme? Sie wollen ja nicht mehr die Partei der Besserverdienenden sein und nicht mehr die Hoteliers Steuersätze in der Mehrwertsteuer runterziehen und so. Wofür stehen Sie heute? Wir stehen natürlich immer noch für Leistungsbereitschaft, aber auch für Selbstverantwortung, für eine offene Gesellschaft, die die Gerechtigkeitsfrage an der Bildungsfrage festmacht, also an der Frage, wie viele Chancen haben die Menschen und was brauchen sie zu Beginn und auch während ihres Lebens an Unterstützung, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen können. Also das verstehe ich jedenfalls unter einer offenen Gesellschaft. Und wo wir zum Beispiel einen großen Nachholbedarf haben, ist die Frage, wie das machen Menschen eigentlich, die mal einen Beruf erlernt haben, aber in der Mitte ihres Berufslebens feststellen, das ist der falsche. Oder sie können ihn nicht mehr ausüben. Welche Chancen geben wir denen sozusagen nochmal neu durchzustarten? Das sind glaube ich die Fragen, die wir uns stellen wollen. Und deshalb auch das Bildungssystem sozusagen umgreifender begreifen müssen. Nicht nur sozusagen Bildung am Start, sondern Bildung während des Lebensverlaufs. Und ich glaube, dafür braucht man die FDP. Ich muss natürlich noch eine Frage stellen, bevor die Zeit ganz weg läuft, warum Sie Militärseelsorger geworden sind. Warum Sie sich insbesondere um Soldaten kümmern? Ja, ich war mal als Abgeordneter, war ich ja Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, aber auch im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe. Und in dieser Funktion war ich mal in Afghanistan. Und außerhalb von Kabul, der Hauptstadt, gibt es wenig Infrastruktur für einen Abgeordneten, Menschenrechtsprojekte zu besuchen. Also lebt man in den Lagern der Bundeswehr. Und die Soldaten, die ich dort getroffen habe, die waren ja dort, weil ich auch den Afghanistan-Einsatz mit einer Stimme verlängert habe. Und das hat mich dann doch sehr berührt, zu sehen, unter welchen Bedingungen sie da leben und welche Aufgaben sie da zu erfüllen haben. Und so kam mein Interesse, nach der Politik mal als Militärseelsorger zu arbeiten. Ich wusste allerdings nicht, dass es schon 2013 soweit sein würde. Und hatte das mir so vorgestellt, nach einigen Legislaturperioden, ich wollte nicht für den Rest meines Lebens Politiker bleiben, aber... Ich habe von Ihnen gelesen, Sie hätten gesagt, Sie mögen strenge Regeln und höfliches Auftreten. Hat, glaube ich, auch was mit der Bundeswehr zu tun gehabt. Wenn man jetzt diese Grundsätze mal so... Weiß ich gar nicht, wo habe ich das gesagt? Höfliches Auftreten, ja. Und strenge Regeln auch. Ich glaube, das war eine Bundeswehr-Erfahrung von Ihnen. Gut, Sie sitzen ja jetzt hier, Sie können ja sagen, es stimmt oder stimmt nicht. Also es ist schon so, dass in der Bundeswehr einem ein, also ich sage jetzt mal, Manieren begegnen, die das Leben schon angenehmer machen. Man geht höflich miteinander um. Und die strengen Regeln, das ist jetzt nicht so eine allgemeine Aussage, weil ich natürlich lieber will, dass die Menschen aus eigener Verantwortung und eigener Motivation ihr Handeln bestimmen und nicht von außen ausgelegten Regeln. Aber manches funktioniert bei der Bundeswehr, weil bestimmte Verfahren standardisiert sind. Das muss man halt auch anerkennen. Das heißt, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Manche Regeln können auch helfen. Wenn ich jetzt diese strengen Regeln und das höfliche Verhalten mal als Grundsatz habe und mir dann die Automobilindustrie angucke, was fällt Ihnen dazu ein? Also da ist man ja schon ein Stück weit sprachlos, wenn man sich überlegt, auch mit welcher Energie da sozusagen an der Täuschung gearbeitet worden ist. Da liegt da eine Haufen Ingenieurskunst dahinter, solche Software so zu programmieren, dass sie dann auch solche Täuschungen überhaupt möglich macht. Da bin ich sehr erstaunt, dass es so etwas gibt oder geben kann. Gut, die Politik hat es ja noch lange auch zugelassen. Sie wussten ja, dass die Autos, die auf die Straßen zugelassen werden, heute die Voraussetzungen, die sie erfüllen, sollen nicht erfüllen. Warum dürfen die überhaupt zugelassen werden? Also mir war nicht bekannt, dass es diese Schummelsoftware gibt. Als sie eingeführt wurde, war uns das allen noch nicht bekannt. Aber jetzt wissen wir es ja schon nach einer ganzen Weile. Ja, und jetzt ist die nächste Frage. Was ist sozusagen die Lösung? Also offensichtlich gibt es gesetzliche Vorschriften oder jedenfalls Abgase-Emissionsvorschriften und solche Dinge, wo man die Frage stellen muss, gibt es da die technische Lösung? Offensichtlich ja nicht. Und jetzt das Ruder kraftvoll rumzureißen durch ein großes Verbot, würde ich jetzt vom Automobilstandort Deutschland her nicht unbedingt befürworten. Denn letztlich hängen ja auch enorme Mengen an Arbeitsplätzen ab. Das heißt, ich habe ja auch eine Verantwortung nicht nur für den Umweltschutz, sondern ich habe auch sozusagen für die Abstrafung der Automobilindustrie für Fehlverhalten im Management, sondern ich habe noch eine Verantwortung für die Menschen, die erarbeiten. Ja, aber dürfen die denn alles machen, selbst wenn es verboten ist? Auch die Euronorm 6 erfüllt nicht die Voraussetzungen, die man von ihr verlangt, nachdem sie zugelassen. Es werden aber jeden Tag Autos in dieser Norm zugelassen. Nach wie vor. Ja, also da bin ich, muss ich sagen, nicht technisch genug versiert, dass ich das jetzt beantworten kann, wo da jetzt das Problem technisch liegt. Aber klar ist, also der Ehrgeiz musste erwachen bei der Automobilindustrie, die technischen Lösungen zu finden, dass sie a. sich die Autos verkaufen und b. natürlich zugleich auch die Umweltstandards eingehalten werden. Aber jetzt sozusagen zu fordern, die strafen wir jetzt ab und verbieten den Verkauf dieser Autos, würde bedeuten, dass die Bänder in Sindelfingen und anderswo hier in der Region stillstehen müssten. Der 6D ist schon entwickelt, aber egal. Im Moment sagt man die Automobilindustrie, älschel, älschel, wir können eh machen, was wir wollen. Nein, das empfinde ich so nicht. Also ich glaube, der Druck ist schon gehörig da auf der Automobilindustrie. Wichtig ist aber, glaube ich, dass wir die, also gerade wenn es um die Zukunft des Automobils geht, die Technologieoffenheit bewahren oder beziehungsweise uns nicht verschließen. Wir wissen heute noch nicht, ob wirklich die Elektromobilität das, also die Lösung ist. Es gibt noch andere Antriebstechnologien und ich glaube, da müssen wir im Sinne einer langfristig nachhaltigen Lösung noch darauf vertrauen, dass da vielleicht weitere Antriebskonzepte auch erfunden werden und erprobt werden. Unsere Zeit ist eigentlich schon um, aber ich muss Sie noch fragen, möchte die FDP nach der Wahl mitregieren und ist sie dazu auch Personal überhaupt schon imstande, personell? Also wir wollen die Politik verändern, also wir wollen mit unseren Ideen gehört werden und sie möglicherweise auch umsetzen. Wenn das möglich ist in einer Regierungspolition, dann machen wir das. Wenn das aber nicht möglich ist, dann zwingt uns niemand und wir zuletzt nicht, also wir als Letzte selbst auch nicht, in Erierung, um jeden Preis zu gehen. Also wir haben glaube ich auch gelernt aus der Vergangenheit und wichtig ist unsere Inhalte und wenn wir unsere Inhalte umsetzen können mit einem Partner, dann ja, wenn nein, nein. Auch mit zwei Partnern? Auch mit zwei Partnern, ja. Ich rechne der Annahme, dass nur AfD und Linke ausschließen? Das ist so, ja. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch, Herr Silland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.